Hinternoch heute mit Powerplate. Das Gute an Powerplate ist ja, das hat auch eine Massagefunktion, aber leider ohne Happy End. Wenn man von Powerplate hört oder liest, heißt es ja immer, ja, in 10 Minuten oder in 20 Minuten das perfekte Training für den perfekten Körper. Also das würde ich so nicht unterstreichen, sondern Powerplate ist eher eine super Ergänzung. Das heißt, mach dein Ausdauertraining, mach dein Krafttraining und mit Powerplate optimierst du das Ganze. Probier es aus. Powerplate. Die Platte vibriert und regt dadurch die Muskulatur im gesamten Körper ein. Caro, wie viele Kalorien haben wir verbrannt? Genug. 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 Vielen Dank.